Okidoki! The Pit of Cerberus! Oha! Naja! Ich bin nicht von gestern! Ich appreciate auf jeden Fall schon mal den Live Seat! Zuck! Uminös, Uminös! Aua! Sehr schön! Sehr schön! Ohje, da ist ja noch einer! Weg mit dir! Frecher, kleiner Hundi! So! Na? Yeah! Willst du auch kämpfen? Hallo? Na komm! Ich will einen ordentlichen Kampf! Au! Vermutlich will ich einen ordentlichen Kampf! Holy Shit! Ich hatte 183 HP! Und auch eine Rüstung und alles! Dann machen wir das mal so! Ohje! Wow, ey! Das Viech ist ja mal brutal krank! Wie? Hahaha! Wie soll man das denn? Ich meine, ich könnte hier natürlich des Todes cheesen, aber... Aber das will ich eigentlich nicht! Ich meine... Könnte natürlich hier mal... Naja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen auch mit Deckung arbeiten! Hier so... Ei, 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 ei! Jetzt würde mich tatsächlich mal ganz kurz eine Sache interessieren! Was passiert denn hier oben? Aha! Ich meine, gut... bisschen... Warte mal kurz! Na gut! Au! Au! Hi! Äh, wo ist... Oh Gott! Ah, aber... Wenn man nah dran ist... Ah! Okay! Du magst es nicht so sehr, wenn ich nah dran bin an dir, oder? Easy! Okay, okay! Das war wohl der Trick dazu! Einfach... schön nah an den Gegner ran, dann... Äh... Macht er nicht seine komischen Explosionsfeuerbälle, die ja mal anders brutal wehtun! Also... Falls jemand einen Tipp braucht, hier habt ihr ihn! So, gucken wir mal, ob hier noch was passiert! Rest in pieces! Bis zum nächsten Mal.